Hi! Externe NumPads sind eine geniale Sache, vor allem für die Menschen, die unbedingt eins brauchen, aber vielleicht ein Board haben, welches jetzt kein NumPad hat. Ich meine generell, es ist sehr, sehr schwierig, ein Full-Size-Board zu bauen, vor allen Dingen gut und vor allen Dingen günstig. Deswegen ist das hier vielleicht eine super Option für viele Leute, die eben nicht ohne NumPad können. Außerdem bietet das hier die Möglichkeit, dass ihr euer NumPad eben links oder rechts oder irgendwo sonst platziert und es eben dann wegpackt, wenn ihr es nicht braucht. Das Ganze kommt auch in dieser schönen Holzbox hier mit Plate, mit Platine und einem Daughterboard. Wir machen das ganze Ding mal auf. Ich bin mittlerweile der Verpackung gegenüber ein wenig skeptischer geworden. Man muss nämlich schon sagen, dass es den Preis unwesentlich erhöhen wird, denn es ist ja eine ganz schöne Arbeit, sowas hier zu bauen. Es ist ein nice Gimmick und man kann das sicherlich auch gut noch nachträglich dann verwenden für irgendwas anderes. Dennoch denke ich mir teilweise, vielleicht lässt man es lieber weg und probiert dadurch den Preis der Produkte runterzubekommen. Denn die sind schon nicht gerade günstig. Aber halt dafür ist das Ding hier auch ziemlich nice. Wir haben hier ein Design, was man als Unikat beschreiben könnte, denn die Teile werden gegossen und es ist quasi unmöglich, das gleiche Design zweimal zu erreichen. Ich bin ein großer Fan von diesen Farbverläufen hier. Das erinnert sehr stark an Epoxidharz und hat auch von der Materialbeschaffenheit her gewisse Ähnlichkeiten. Denn das Ganze besteht nämlich aus einem Acryl- und Stein- bzw. Beton-Mix, der sich eben J-Lite nennt und schon gewisse Ähnlichkeiten zu Epoxidharz aufweist. Ich finde persönlich, das Ding sieht sehr, sehr schick aus. Ist hier mit so Traymon-Standoffs ausgestattet und bereits dem Dorderboard installiert. Deshalb gucken wir uns jetzt mal als nächstes unsere Plate und Platine an. Die kommt hier in so einem elektrostatisch geschützten Beutel. Ja, Standard. Finde ich gut, dass das so gemacht ist. Kann man aber auch weder was Positives noch Negatives drüber sagen. Das gehört sich einfach so. Die Plate und die Platine sind jeweils beide mit dem Teleport-Logo gebrandet. Und finde ich auch sehr schick. Ist ein kleines Detail, was man nicht zu vernachlässigen hat. Und ist immer wieder schön und auch relativ üblich für die Custom-Keyboard-Szene, dass sowas hier eben gemacht wird. Zu dem Mounting kann ich sagen, es ist halt Traymount, aber es ist auch bei dem Numpad völlig unproblematisch, diese Mounting-Methode zu verwenden. Denn es ist nur ein Numpad. Es wird nicht ständig benutzt. Und es würde auch keinen nennenswerten Bounce oder Flex geben bei einem anderen Mounting. Der Clang würde sich natürlich verändern, ob er jetzt besser oder schlechter wird. Das kann jeder für sich selbst bestimmen. In dem Papier-Baggy, was ich gerade gezeigt habe, wäre normalerweise dieses Stabilizer hier enthalten. Die habe ich schon fürs Video präpariert mit Krytox 205, der Electric Grease. Ich habe die Dinge natürlich auch geklippt. Ganz normale Cherry Screw-In-Steps, da macht man überhaupt nichts falsch mit. Ich finde die Dinger super und wir haben die hier mal ganz fix eingebaut. Da müssen wir natürlich gucken, auch dass wir hier farblich passende Switches zu finden. Denn der Klang ist jetzt nicht so wichtig, da würde ich nicht drauf achten. Deswegen habe ich hier die Gatoron Bubblegums, die ich mal von Keyjam zugeschickt bekommen habe. Also kostenlos, genauso wie dieses Numpad hier auch. Link werde ich euch in die Videobeschreibung setzen. Ich finde die Dinger ganz nett, ist aber auch einfach nur ein Gatoron Switch. Ich habe jetzt keine nennenswerten Vorteile oder Änderungen zu den Yellows wahrgenommen, bei denen, wenn man allerdings gerne so Color Matching macht, dann macht sich das hier sehr, sehr gut. Mit gewissen Keycap-Sets sicherlich. Ich finde es toll. Ich hatte auch eigentlich geplant, ein anderes Keycap-Set aufzumachen, was ich aber mittlerweile nicht mehr besitze. Also hat sich das Thema auch leider erledigt. Ich finde es ein bisschen schade, dass die Plate hier in dem Fall weiß ist. Es wäre ganz schön gewesen, hätten sie sowohl schwarze als auch weiße Plates gemacht. Das hätte natürlich den Preis dementsprechend erhöht. Aber es würde halt vom Color Matching her nochmal ein bisschen besser passen. Und vor allem in einem schwarzen Case finde ich es dann doch immer schicker, wenn man dann auch eine schwarze Plate verwendet. Aber das ist nirgends auf hohem Niveau, was aber auch vielleicht angebracht ist bei einem Preis von 160 Euro. Und das kann jetzt für viele Fläuche ein Schlag ins Gesicht sein. Und daher kann man auch bei dem Talien nur wirklich sagen, es ist Artisan. Es ist nichts, was preiswert ist und auch sein soll. Denn das ist eben handgemacht. Und ich habe mit den Jungs von Teleport selbst darüber gesprochen, wie arbeitsintensiv das doch war, dieses Projekt hier. Und da finde ich das eigentlich auch relativ in Ordnung. Und tatsächlich, schon bevor ich das Video hier gedreht habe und gepostet habe, waren die NumPads weg. Allesamt ausverkauft. Dementsprechend kann man das hier in der Form auch nicht mehr kaufen. Aber wenn wir den Kommentarbereich genügend füllen mit Interessenten für dieses Teil, dann werden die sicherlich auch noch mehr machen wollen. Generell zu dieser Thematik mit diesem Material. Teleport möchte gerne noch ein 60% Board releasen aus dem Material, was ich auch hier haben werde. Auf was ich mich auch schon sehr, sehr freue. Das wird ziemlich, ziemlich nice. Und ich habe auch schon probiert, sich zu überreden, dass man da eventuell O-Ring-Mount-mäßig was macht und nicht Tray-Mount. Denn das bietet sich hier schon sehr, sehr gut an bei so einem Projekt hier, bei so einem Gießprojekt. Denn es gab ja auch schon die Resinco 65 und die Ähnlichkeiten sind auf jeden Fall spürbar. Aber ja, farblich total geil geworden, finde ich mit den Switches. Also es passt nahezu perfekt. Und ja, besser Color matchen kannst du ja eigentlich nicht. Ich finde es toll. Wir packen jetzt noch GMK Water & Black drauf. Den Link dazu findet ihr auch in der Videobeschreibung. Das ist ein zeitloses, geniales Set, was ich immer noch gerne besitze und auch auf meinen täglichen Boards sehr gerne nutze. Denn es ist einfach minimalistisch, passt zu allem, macht sich gut, auch auf dem Board hier. Ich hätte natürlich am allerliebsten Dracula genommen, aber das Set besitze ich, wie gesagt, mittlerweile nicht mehr. Klangtechnisch hält sich das Numpad sehr neutral und flach, was auch zu erwarten ist bei Traymount und FA4 Plate. Allerdings ist das auch nichts Negatives für ein Numpad, denn ich bin der Meinung, die müssen nicht unbedingt gut klingen, sondern sollten schön aussehen und ihre Funktion halt wahren. Das Ding kommt natürlich mit QMK bzw. Via Support. Sprich, wir können hier ganz schön viel einstellen und das Ding auch prima als zum Beispiel Macro Pad verwenden. Genau dafür würde ich es persönlich auch nutzen. Meine persönlichen Nachteile an dem Teil hier sind unter anderem die Materialbeschaffenheit. Denn wenn wir zum Beispiel die Keycaps öfter wechseln, dann entsteht sowas hier. Man sieht es nicht so gut auf dem Bild, aber da sind Kratzer drin. Die sind natürlich nicht so schlimm, denn es ist halt nur von der Innenseite, aber es zeigt halt, wie, naja, ich sag mal sensibel das Material doch ist. Und das sollte man sich auf jeden Fall im Hinterkauf behalten. Was ich auch nicht so toll finde ist, und das wurde mir auch schon bereits von einem anderen Epoxy-Tarts-Creator gesagt, dass das nicht poliert wurde. Das würde vermutlich in Kombination mit Ölen nochmal die Farben viel mehr herausstechen lassen und wird dem Ding hier auch sicherlich gut tun. Das kann man natürlich selber machen. Es wäre aber schöner, wenn es von Haus aus gemacht werden würde. Würde aber nochmal den, naja, schon bereits sehr hohen Preis von 160 Euro weiter hoch kurbeln. Wie bereits schon im Video gespoilert, kann ich hier nur bedingt eine Kaufempfehlung rausgeben. Es ist Artisan, es ist etwas, was einem extrem gefallen muss vom Look her und es ist nichts, was man sich kaufen sollte nur für den Nutzenfaktor. Da ist vermutlich jedes andere Exzene Numpad einfach besser. Wer an dieser Thematik hier interessiert ist, vor allen Dingen aus der Macro-Pad-Sicht, kann sich gerne mal mein Video zu einem DIY-Macro-Pad anschauen. Das ist deutlich, deutlich günstiger und auch sehr, sehr nice. Und des Weiteren findet ihr noch auf der anderen Seite meine Playlist zu DIY-Macro-Pads und Numpads. Da wird in Zukunft auch noch mehr reinkommen. Dementsprechend lohnt es sich immer mal wieder die abzuchecken. Ich danke euch fürs Zusehen und sage Tschau.